Heute arbeiten wir mit Stangensellerie, perfektes Sommergemüse. Ist vom Anbau her gesehen ein bisschen herausfordernd, so ging es mir zumindest sicher die ersten 1-2 Mal nicht so Glück damit. Ich finde, der braucht immer ein bisschen, bis er sich wohl fühlt. Oft sind die Böden bei uns halt auch ein bisschen zu schwer. Der mag es ein bisschen leichter, ein bisschen sandiger. Und dann, wenn er sich aber mal eingelebt hat, hat man wirklich lange Spaß dran. Mittlerweile eins meiner liebsten Gemüse, sowieso von der Verwendung. Ich liebe Stangensellerie, ich esse den so gerne. Natürlich am liebsten das feine grüne Herz, aber auch was den Garten anbelangt. Denn letztendlich der wächst buschig aus. Ihr kennt ja alle, oben viel Grünzeug, steht so im Beet. Und wenn ihr den habt, bitte nicht das ganze Ding ernten, so wie man ihn kauft im Biomarkt oder Supermarkt. Sondern wenn ihr den im Garten habt, könnt ihr wirklich von außen die äußeren Stangen einfach abschneiden, vorsichtig abschneiden, wegnehmen. Und so wächst er eigentlich immer nach. Das ist so ein dauerbeerntbares Gemüse, weil meistens reichen einem ja 1-2 Stangen. Für dieses Rezept hier brauchen wir ein bisschen mehr. Das war wirklich eine ganze Knolle sozusagen, schon geputzt, grün abgeschnitten. Werden wir hier ein bisschen verwenden. Und was hier passiert ist, mit der Variante, wir haben ein bisschen die Fäden abgezogen. Das heißt, ihr nehmt einfach ein Messer. Da sind noch ein paar. Da wurde gut gearbeitet. Gehen wir mal von der anderen Seite hin. Sieht ihr das? Also im Prinzip genau diese Fäden ein bisschen rausziehen. Hat den Hintergrund, dass wir die wirklich relativ grob und groß heute jetzt zubereiten. Ich schneide sie noch einmal durch, aber dann lassen wir sie eigentlich in der Größe. Und wir sporen sie im Ofen, was tendenziell Gemüse manchmal, wenn es so groß ist wie die hier, so ein bisschen holzig werden lassen kann. Ja, weil das ist ja jetzt keine Knolle, die dann schön durchgart, sondern die Gefahr besteht halt, dass es auch austrocknet. Dementsprechend ist es ganz gut, wenn wir da ein bisschen diese Faserigkeit über das Fädenziehen schon rausnehmen. Ihr könnt auch einen Gemüseschäler nehmen und es runterschälen. So, Ofen ist auch schon vorgeheizt. Umluft, Obergrill auf 220 Grad. Also relativ viel Power. Dann haben wir hier noch ein paar Kirschtomaten. Und was jetzt passiert, ich stelle es mal ein bisschen schräg, damit die da rein leuchten kann. Knoblauch habe ich noch. Und vom Knoblauch schmeißen wir auch einfach ein paar Knollen direkt mit rein. Unten abgeschnitten. Nicht Knollen, Zehen waren es. Das sind die Verwechslungen bei Rezepten, die dann Freude bringen hinterher. So, was kommt noch mit rein? Gemüsebrühe. Einfach direkt mit rein. Dann ein bisschen Zitronensaft. Nicht zu viel. Und Weißwein schütte ich noch mit rein. Ihr wisst, ich arbeite gerne mit Weißwein. Wenn ihr schon ein paar Videos gesehen habt von mir, wenn ihr keinen Bock drauf habt, lasst ihn weg. Macht einen kleinen Schuss Balsamico. Passt auch wunderbar. Ein bisschen Salz noch mal. Und gutes Olivenöl. Da sparen wir nicht. Ich habe noch ein paar Oliven da. Kann man mit rein machen, muss man nicht. Das Ganze so ein bisschen durchmischen. Das ist jetzt eine relativ flüssige Angelegenheit. Aber das verändert sich ja gleich im Ofen. So. Dann ab damit. Nachher arbeiten wir dann einfach noch mal ein bisschen Kräuterfrischkäse ein in die Soße. Das ist ganz simpel. Das ist jetzt der von Sojana auch. Den mag ich sehr gerne. Ansonsten nehmt einfach einen anderen schönen veganen Kräuterfrischkäse. Funktioniert genauso. Und als kleines Topping dafür machen wir so eine kleine Salsa in Anführungsstrichen. Ich habe hier schon mal ein paar Apfeljulien. Da schneiden wir noch ein paar mehr. Jetzt habe ich ölige Finger. Einfach ein paar Scheiben runter schneiden. Und dann in Streifen. Das ist so ein Klassiker. Wenn ihr von mir schon mal Rezepte gesehen habt oder ein Video, das taucht immer mal wieder auf. Ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, um ein bisschen süße Säure auch mit reinzubringen. Ansonsten Anbauzeit auch. Ich kaufe beim Stangensellerie auch gerne Jungpflänzchen bei meinem Bio-Gärtner des Vertrauens. Das ist hier Limettensaft. Ein bisschen Chili noch frische mit rein. Und packe die nach den Eisheiligen auch einfach raus aufs Beet. Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten. Wie gesagt, ein bisschen sandiger Boden. Nicht zu schwer. Und in der Nähe von anderen mediterranen Gewächsen fühlt er sich eigentlich auch ganz wohl. Aber er braucht wirklich, was das Wachstum anbelangt. Also ein Kohlrabi oder so wächst viel schneller. Da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen. So, dann habe ich hier noch Sellerie Grün. Dann machen wir noch ein bisschen was. Auch mit rein. Mischen wir nachher durch. Fertig ist die erste Runde. Und als zweites, ich habe wirklich lange gerungen mit mir, was ich euch noch für ein Rezept mit Stangensellerie präsentiere. Und natürlich ist mir als allererstes mal sofort der Waldorfsalat in den Kopf geschossen. Habe es dann wieder verworfen und letztendlich ist er es doch geworden. Ist halt so ein altbackener Klassiker, der sehr oft gemacht wird. Ich mag ihn aber einfach gerne. Ich mag die Kombination aus Apfel mit den Trauben. Mache ich auch immer rein. Dann haben wir hier Walnüsse. Die Walnüsse sind eingeweicht in Wasser. Das mache ich nicht, um da irgendwelche Stoffe rauszuziehen. Also wegen Verdauung meine ich. Ich möchte Stoffe rausziehen, aber eher Bitterstoffe von der Kulinarik her. Weil Walnüsse kann ich sonst so zwei bis drei essen. Und dann habe ich so einen komischen pelzigen Belag vom Gefühl her. Macht dann keinen Spaß. Und so kriegt ihr wirklich diese Bitterstoffe auch super schön raus. Ja, wir starten los. Schüsselchen brauchen wir. Hier auch Stangensellerie. Da ist jetzt nichts abgezogen. Dann schneiden wir einfach. Und das bitte auch beachten. Wenn ihr Stangensellerie schneidet. Klar kann man ihn so schneiden. So schaut es halt aber auch altbacken aus, finde ich. Wenn man das möchte, macht man das so. Ich finde es einfach ein bisschen schöner, wenn man da so ein bisschen schräg ansetzt. Auch vom Messer her. Da kriegt alles gleich eine ganz andere Dynamik. So, das reicht mir von der Menge. Lassen wir den mal über. Dann Apfel. Da machen wir einfach Würfelchen. Links, rechts runter. Und die dürfen, finde ich, auch ein bisschen... Ah, oder wir machen Scheiben. Ich habe mich umentschieden. Auch ein bisschen schräg. Bisschen gröber, bisschen größer. Das war gerade der Gedanke, nicht alles so fein fitzelig. Und letztendlich schneidet es, wie ihr Lust habt. Also, ich denke, das Prinzip ist klar. Da hinten läuft alles. Dann haben wir unsere Trauben. Die halbiere ich jetzt noch. Dressing, relativ simpel hier. Das ist eine Mischung aus Mayonnaise, eine Cashew-Mayonnaise. Findet ihr das Rezept beim Video zum Fenchel hier auf dem Kanal. Rezepte sowieso, wie immer, bei mir unten in der Videobeschreibung. Alles schön ausformuliert mit vielen Variationen, Tipps und Tricks nochmal mit dazu. Und ins Dressing, wie gesagt, Mayonnaise, bisschen Joghurt. Dann machen wir Schnittlauch und Zitronensaft. Also, relativ simple Geschichte auch. Knoblauch kann man mit reinmachen, roh. Lasse ich jetzt aber weg, habe ich gerade nicht so Lust dazu. Wo machen wir das Dressing? Nehmen wir die Schale hier. Walnüsse einmal abgießen. Und ihr seht, das Wasser, was da rausgeht, ist echt immer Wahnsinn. Also, so esse ich Walnüsse total gerne. Und die könnte man jetzt auch nochmal anrösten, wenn man möchte, aber mache ich jetzt nicht. Soja-Joghurt. Bisschen Mayo. Könnt ihr jetzt auch nur Olivenöl nehmen. Könnt ihr auch funktionieren. Zitronen- oder Limettensaft. Schnittlauch lassen wir uns nochmal hier in die Deko. So, und wie immer, jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man mischt das jetzt alles schon hier drinnen durch. Und kippt das Dressing drüber oder, und da bin ich ja immer ein großer Fan davon, müsst ihr halt mit dem Apfel ein bisschen aufpassen. Also, à la minute anrichten, auf den Punkt. Weil, wenn ihr das jetzt lange vorbereitet, dann wird der natürlich braun. Das ist klar. Einfach so ein bisschen wild aufgeschichtet und nicht fertig durchgemischt. Das ist auch nichts Besonderes. Ich mache schön die Nüsse drüber. Und jetzt einfach so ein bisschen das Dressing drüber klecksen. Ich mag das halt ganz gerne, wenn nicht jeder Bissen gleich schmeckt. Das heißt, wenn ich es halt vorher schon drauf mache, habe ich halt den Nachteil, dass wirklich, also drauf mache und durch mische, dass wirklich jeder Bissen halt relativ gleich ummantelt ist auch von dem Dressing und so. Ist halt jeder ein bisschen unterschiedlich. Salzen habe ich vergessen. Im Dressing. Bisschen Pfeffer geht auch noch. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Schnittlauch da. Mag ich ganz gerne, so ein bisschen das Zwiebelige. Ich finde, es schaut einfach schön aus. Und kann man auch eine schöne Platte einfach machen, am Tisch einstellen. Jeder nimmt sich ein bisschen was. Halt schauen, dass genügend Dressing da ist. Und ja, kleiner, schöner Waldorf-Style-Salat. Nennen wir ihn jetzt einfach mal. Hier hinten. Ja, es passiert was, aber wir brauchen noch ein bisschen. Und würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's mit dem Sellerie. Ich habe gerade schon mal den Oben ausgemacht, weil schon gut Farbe entstanden ist. Jetzt holen wir ihn mal raus. So, schaut mal her. So sieht es aus. Flüssigkeit natürlich deutlich auch verdunstet. Schöner, leichter Röstansatz vorhanden. Und was wir jetzt machen, das ist eigentlich der Gedanke dabei. Wir nehmen jetzt erstmal den Sellerie, weil der ist so, hier ist schon fertig. Die Tomaten, ich habe zwischendrin auch ein, zwei Mal durchgemischt, weil der Teil, der oben praktisch rausschaut, von Sellerie, der wird ganz gern mal so ein bisschen trocken. Und die Tomaten, die werden natürlich super weich. Und die habe ich gleich ein bisschen zerquetscht schon. Dann geht so ein bisschen dieser tomatige Sutter auch mit rein. Die haben auch schon gut Farbe gekriegt. Ups. So. Knoblauchzehen sind noch nicht ganz durch. So, ich möchte hier noch ein bisschen Soße herstellen. Das heißt, ich gieße das jetzt einfach mal alles kurz ab. Tomaten machen wir da noch mit drauf. Wäre ja schade drum. Und Knoblauch, wenn der durchgegart ist, auch einfach direkt mit drauf. Jeder, der Knoblauch liebt, wird auch das lieben. Und alle anderen lassen ihn einfach weg. So. Gehen wir da nochmal ein bisschen Hitze drauf. Und Frischkäse. Nehme ich jetzt den Sud. Das bitte nicht aufkochen, weil dann würde der Frischkäse auch ausflocken. Ich will da nur die Hitze halten drauf. Und da rührt ihr halt je nachdem. Was ihr für den Ofen habt, dementsprechend geht da mehr Temperatur, mehr Flüssigkeit schon in die Luft oder weniger. Und das Ziel ist einfach, dass wir so eine leicht dickliche, cremige Soße haben. Geht ihr eh gleich. Ein bisschen mehr. Ihr könnt jetzt genauso auf den Knoblauch rausdrücken und das nochmal pürieren zusammen. Würde auch gehen. Das macht ihr einfach, wie ihr möchtet. Oder mal doch alles. Und die Technik könnt ihr natürlich wieder mit jedem Gemüse anwenden. Ja, also das ist völlig egal. Wie gesagt, wenn ihr keine Lust auf Weißwein habt, lasst das weg. Macht andere Kräuter mit rein. Frische Kräuter, äh, andere Gewürze meine ich. Frische Kräuter noch oben mit drauf. Geht genauso. Ich mag das mit diesem Frischkäse-Geschmack super gerne hier. Da noch ein bisschen Schnittlauch auch oben drauf. Und dann haben wir noch unsere Salsa. Das waren die Apfel-Julienne. Und Limettensaft und ein bisschen Chili. Um da noch ein bisschen mehr Frische einfach mit reinzukriegen. Nehmt eine größere Schale. Und da einfach so ein bisschen verteilt, da nochmal drauf so einen kleinen Geschmacksakzent einfach zu setzen. Ja, da kann man super schön mit dem Apfel arbeiten. Ein bisschen Schärfe von der Chili. Viel zu kleiner Teller dafür, ganz klar. Ich denke, das Prinzip ist aber klar. Zwei Sellerie-Varianten, die vielleicht für ein bisschen kreativen Input sorgen bei euch. Einmal so ein Waldorf-Salat-Style mit einem schnellen Mayo-Dressing. Und einmal eben der im Ofen geschmorte Stangensellerie in einer Weißwein-Sauce mit einer kleinen Apfel-Chili-Salsa obendrauf. Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Freude beim Nachkochen. Tobt euch da aus. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Like da. Abonniert den Kanal. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Gemüsesorte in der Reihe Gemüse kann alles. Wenn ihr noch mehr in das Thema Kulinarik einsteigen wollt, für richtige Kochkurse, schaut gerne auf der Online-Kochschule Vegan Masterclass vorbei, Rezept und alle Infos habt ihr sowieso in der Videobeschreibung unten. In diesem Sinne, viel Freude beim Kochen und bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017